Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfsson. Mein Name ist Carlos Kalanta. Und willkommen zu Chips und Kaviar. Zur letzten Ausgabe vor unserer Sommerpause. Ihr hört diese Ausgabe und dann sind wir im Urlaub. Wir machen... Sommer, Sonne, Sonne, Schrein, Sommer, Sonne, Sonne, Schrein. Genau das. Wir hören das die ganze Zeit durch. Und ihr hört uns... Dieser Song ist für mich Urlaub. Wir sind dann direkt im Urlaub. Ja, wusstest du, dass wenn man eine getrunkene, eine leere Red Bull-Dose, wenn man die ans Ohr hält, dass man diesen Song hört? Hm, ah, okay. Nee, wusste ich nicht. Ja, das ist so. Das sind Facts. Facts über Red Bull. Und Facts über diesen Podcast ist, dass wir am 8. August zurück sind. Wir sind am 8. August zurück. Ist natürlich auch ein Dienstag, wo ihr uns dann wieder neu hört. Und, äh, yes. Ihr könnt uns ab da an wieder, ähm, gebräunt hoffentlich und frisch erholt konsumieren. Und, ähm, ja. Ja, vielleicht, ey, wir können dann abstimmen, wer brauner ist von uns beiden. Das wäre eine Option. Ich habe Vorsprung. Ich glaube, du gewinnst, ja. Ja, aber du kannst ja so einen krassen Urlaub haben. Also wirklich so einen heftigen Urlaub. Außer ich werde Bodybuilder. Irgendwie Bodybuilder sind noch die Letzten, die so blackfacen dürfen. Ja, die dürfen sich brownfacen. Aber wenn du ein brauner Bodybuilder... Ich habe letztens irgendwie so einen kurzen Bericht gesehen, aber ich habe es mir nicht angeschaut, weil ich es irgendwie zu unangenehm fand. Über Bodybuilder in Pakistan. Ähm. Und, äh, dass viele von denen sterben. So eine typische, typische Weiß-Doku. Aber das war wahrscheinlich Arte, oder? Ey, nee, das kann sein. Ich glaube, das war eine Weiß-Doku. Ich glaube, es war exakt eine Weiß-Doku. Ja, das klingt sofort danach. Ja. Also, Friends, Pakistanis, ähm, die, was auch immer. Nee, Bodybuilder in Pakistan. Und, äh, viele von denen sterben, weil die irgendwie so die absolut unzu, also nicht zugelassenen Steroide, irgendwelche Pferdermittel und so benutzen. Ich glaube, die benutzen wirklich so den letzten Trash, den man hier schon nicht mehr nimmt. Äh, und spritzen sich damit, äh, ja, in den Tod. Und die sahen auch gar nicht so krass aus. Also, die hatten irgendwie, wenn man so Bodybuilder jetzt sieht, so wie ich sie kenne, sind die, also, das sind ja so unglaubliche Muskeln. Und bei den pakistanischen, da dachte ich mir so, ah, krass, vielleicht ist es echt so ein Ding, dass die ja weniger Proteine vor Ort haben. Also, das ist irgendwie, es ist echt teuer, so einen Körper sich aufzubauen. Ja, ich glaube, egal wie viele Tests du spritzt und danach Squats machst, wenn dein, äh, so Post-Workout-Meal nur aus Samosas besteht, mhm, dann, dann kannst du keine Muskeln aufbauen. Ist echt schwierig, ist schwierig auf der Basis, äh, Muskeln aufzubauen. Aber, äh, ja, wir kommen, äh, gebräunt, vielleicht auch durchtrainiert zurück. Ähm, kann man dir auch einfach so eine Ansage machen. Ich verspreche im Podcast ein Sixpack, wenn das jetzt einer einfach so sagen würde. So, und dann muss man so kommen, muss man so ankommen. Ja, aber weißt du, äh, aber weißt du was, ähm, was ich spannend finden würde, mal so zu hören, die Gespräche in der Umkleide von den Männern, äh, quer durch verschiedene Kulturen, äh, Länder, Kontinente, äh, Religionen und alles mögliche. Weil im Endeffekt, also, ich weiß noch, damals hatte man, äh, in, in, in Deutschland, in Berlin zumindest, immer wieder diesen Tipp bekommen, so, ja, Quark, Magerquark, das muss man so. Also, wenn man das nicht so, ja, Magerquark mit Haferflocken und so. Ja. Aber gerade im asiatischen Raum, da wird ja auch zum Beispiel Laktose schlechter vertragen, die dann dann ihre eigenen, äh, kleinen Tipps haben, weißt du? Ja, Quark ist auch voll die deutsche Sache. Das gibt's ja, glaube ich, einfach nirgends wo sonst. Ja, deswegen frage ich mich so, was so Pakistaner sich, äh, gegenseitig empfehlen. Ja, Steroide. Einfach direkt nur, nur das, nur das essen. Ja, das war, aber, das war, ich finde so bald so, so, ich finde so Spritzen zu sehen schon so eklig. Ich finde allgemein, wenn man in seinem Leben irgendwo angekommen ist, ob wegen Sport oder weil man zu viel Spaß haben möchte, dass man sich irgendwie, dass man so Spritzen so benutzt, dann, das ist schon ein klares Zeichen so. Hey, das kann ja nicht sein. Also, das ist etwas für Notfall. Also, ich kann ja nicht hier privat einfach was mit Spritzen zu tun haben. Also, ich muss mal kurz hier auf Stop drücken, so, wie bin ich hier gelandet? Ja, oder das ist, also das ist entweder für Notfall oder zu viel Vergnügen, was auch ein Notfall ist. Ja, ja, wenn man so viel Spaß haben will, wenn man so viel Spaß haben will, hat man eigentlich so, ist man, hat man Notfall. Hast du das auch oft gehört, dass Heroin das erste Mal eigentlich so das geilste Gefühl ever sein soll? Also, das ist einfach so, wirklich so, also, es wird oft beschrieben, dass man so dieses Gefühl von totaler Liebung, Geborgenheit hat, dass man wieder so im Mutterbauch… Genau, man fühlt sich in der Welt umarm, zum Mutterbauch, genau, ja. Ja, also, das ist echt irgendwie eine gute Werbung für Heroin, was übrigens gar nicht so, das hört man ja immer wieder, Heroin gilt ja immer so als, das ist so klar, okay, wenn du das nimmst, dann ist so ganz klar, du wirst so, du wirst einfach obdachlos. Also, dein Leben ist dann wirklich vorbei, das ist so eine Art langsamer, so spaßiger Selbstmord, am Anfang ist es echt spaßig, aber, ähm, jetzt hier auch wieder eine Quelle, die wir lange nicht mehr benutzt haben, die Quellenangabe ist, so ein Typ, der mal bei Rogan war, ähm, hat, äh, ist so ein voller Drogentyp, ich weiß nicht, ob du den kennst, irgendwie, ich, ich, ich glaube, der ist so ein bisschen bekannt auch, ganz viel so mit Pilzen und redet darüber und hat so alle Drogen irgendwie mal ausprobiert, so ein alter Hippie- Forschertyp und, äh, der meinte auch da wiederum, ey, Heroin ist nicht so schlimm, also, wenn man, wenn man quasi die gute Qualität kriegt, das, das, das Reine einnimmt und dann irgendwie mit den richtigen Leuten und die Umstände stimmen, dann, ähm, ist es nicht, dann ist es gar nicht so eine, so ein Lebensbeender, so, das kann man schon mal nehmen, ähm. Und sowas hört hier nur auf Chips und Kaviar und Heroin. Wenn ihr was mitnehmt in die Sommerpause, wenn ihr was mitnehmt in die Sommerpause, dann Heroin, kann man mit den richtigen Bedingungen auch schon mal nehmen, äh, absolut möglich, ja, tatsächlich. Äh, Leute, bitte unterstützt die Leute, die uns unterstützen, ähm, Heroin-Dealer unter anderem, äh, die sponsern diese Folge, holt euch das beste Heroin mit dem Rabatt-Code, ähm, Geborgenheit wie Mutterbauch, 25. Add Chips. Chips 23 für das Jahr, in dem wir uns befinden. Ich muss sagen, ich hab mich neulich, äh, alles andere als geborgen gefühlt, zumindest auf dem Weg, äh, nach, nach Köln, wo ich gerade meine letzte Show hatte, äh, von der In-the-Club-Tour, also zumindest bis zur Sommerpause, das war der, äh, das war die letzte Show von dem ersten Teil. Und, äh, ey, Mann, also das ist eigentlich ne total entspannte Fahrt, auf Papier. Berlin-Köln ist eigentlich ne gute Route. Geht voll klar. Die macht auch, also, gar nicht anders Sinn, also ich meine höchstens zu fliegen, aber man möchte dann nicht irgendwie dieses Einchecken und dann durch dieses Security-Ding und all das, oder auch, wenn man selber Equipment mit dabei hat, oder, keine Ahnung, oder auch ne größere Tasche, dann möchte man dann auch nicht fliegen. Fliegen fühlt sich immer an wie so ne große Aktion, man hat das im Kopf so eingespeichert als so, nee, das ist echt ne krasse Aktion, aber wenn man mal nen Inlandsflug macht, ich bin auch mal von Berlin genau nach Köln geflogen, also, ich glaub sogar zweimal, und, äh, das war echt wie so ein, das war so unromantisch wie so ne Busfahrt. Also, dann, da gab's auch, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, auch gar nichts mehr mit Perso zeigen, oder, ich glaub, das ist dann auch rechtlich einfach so, so, ja, wir sind in Deutschland, das ist so, also, einfach ein Verkehrsmittel hier gerade, steigst ein, muss auch gar nicht so früh da sein, das ist richtig unkompliziert, und dann geht's voll klar. Ähm, aber ja, also, so erste Wahl ist dann immer so, äh, irgendwie ein ICE zu nehmen, ohne umsteigen, so, das. Ja, ich wünschte, ich wäre an so einem Tag geflogen, weil, was ich mir gegeben hab, war ne absolute Scheiße, es war unglaublich, okay, also, mein Zug sollte fahren, um irgendwie etwas nach, also, irgendwie 11.30 Uhr oder so, ich war pünktlich da, zwar etwas knapp, aber trotzdem ausreichend Zeit, um normal, äh, und gemütlich einzusteigen, zumindest das, okay. Ich komm unten an, alles ist extrem voll, es war wirklich so Love Parade, also ohne, dass jemand Spaß hatte, oder ohne, dass jemand, äh, zertrampelt wurde, aber es war komplett, aber es war komplett voll, wirklich, also, ein kompletter Bahnsteig ist voll. Also, so Love Parade, kurz bevor jemand zertrampelt wurde. Ja, es war Hate Parade. Ähm, auf jeden Fall, wie, wie, also, okay, dann stehen wir an, okay, äh, Zug kommt reingefahren, und da steht irgendwie dann, äh, ich hatte ein Ticket in der ersten Klasse, ähm, und dann steht da irgendwie die Bahnzeige. Ja, ja, und dann steht da, bei der, da steht da so, äh, äh, ich find's übrigens nervig, dass es nicht in der Bahn-App steht, wo man sich reinsetzen soll, also in welchen, weißt du welchen, weißt du welchen? Wie, also quasi, man hat doch da diesen, ne, nein, genau, wo man, ja, dass da nicht der Buchstabe steht, weil man weiß dann nie davor, ob man zu A, B, C, also zu welchem Bereich man hingehen soll. Ach so, ja, ja. Genau, das ist einfach immer so ein, so ein russisches Roulette, also, oder? Also, ja, ne, es wird ja ein paar Minuten vorher angezeigt, aber das Schlimmste ist ja, wenn dann so kommt, so, ja, ey, wir haben die Wagenreihung nochmal geändert, also, jetzt. Ja, und genau so war das, das war un-fucking-glaublich. Jetzt ist es eine Suche. Also, wir stehen da, okay, erste Klasse ist, äh, Abschnitt A, okay, wir laufen alle zu A, dann stehe ich davor, und das war wirklich so, als würden wir aus so einem, äh, zertrümmerten Land fliehen, und das ist so der letzte Flug oder was auch immer, äh, und plötzlich bekomme ich so von vorne mit, so, dass es doch ganz weit hinten ist, also, weil. Also, komplett andere Seite. Es gibt eine Zugteilung, genau, und der hintere Zug fährt nach Köln, der vordere irgendwie. Nach Hamm, ne, irgendwie, da gibt's die Trennung immer, ja. Genau, genau, und, und dann, ey, ohne Scheiß, komplette Panik bricht aus, vor mir sind so Rentner, also, die haben's wirklich nicht verdient, also, und die rennen, die müssen rennen, also, die haben sich ein Ticket geholt in der ersten Klasse mit einer Reservierung, die rennen plötzlich, um das noch zu bekommen. Es war, es ist Wahnsinn, also, es ist nicht zumutbar, es ist eine Quälerei. Hä, aber das war sozusagen. Es war so knapp, ja, genau. Panik bricht aus, die Leute von vorne rennen komplett nach hinten, also, ich erreiche das als Erster, weil, äh, ich will's mir nicht geben lassen. Äh, ich, ich, genau, ich, äh, fitter als die Rentner auf jeden Fall. Ja. Äh, ich, ich, ich setze mich, ich setze mich dann da rein und denke mir so, okay, krass, also, es gibt jetzt schon eine Verspätung von ungefähr so zehn Minuten oder so, aber okay, jetzt sollte alles klar gehen. Und, okay, wir sitzen drinnen, dann kommt eine Ansage und das war dann so ein Moment, wo alle schon so miteinander kodieren, die Passagiere. Also, weißt du, eine Ansage kommt und, und man lacht so gegenüber, also, man guckt sich an und denkt sich so, ja, oh Gott, also, die schon wieder. Ja, ja, es gibt ja immer diesen komischen, so, so, deutsche Bahnhumor, den alle Passagiere in dem Moment so miteinander haben, so, die Leute rollen mit den Augen, so, wie wenn so ein krass unzuverlässiger Onkel mal wieder was verkackt hat. So, ja, klar, na klar, der Onkel Günther hier, natürlich, so, hat er das doch nicht gemacht, kennen wir. Ja. Und genau, genau so war das, ah, ja, hier, dieser Verpeiler, ja, der verpeilt ist schon wieder, mhm, mhm, mhm. Und, äh, plötzlich kommen immer mehr, also, dann erreichen das auch langsam, so, diese Rentner, die mit mir gerannt sind, so, die kommen auch irgendwie nach fünf Minuten an oder nach zehn Minuten an, komplett durchgeschwitzt, fertig, ey. Oh, Mann. Und von den einen Rentnerpärchen kommt noch der Sohn rein, der war sogar ein Rentner, also, die waren so alt, der war schon ein Rentner. Oh, okay, ja, wo man so, Es war so komisch, so alte zu sehen, die dann so einen richtig alten Sohn haben. Ja, 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 das ist echt eine Leistung. Also, er hat sich so um die so gekümmert und so, hat irgendwie nochmal Wasser gebracht und all das. Ey, plötzlich kommt nochmal eine zweite Durchsage, ähm, ja, Entschuldigung, äh, hier, also, unsere Batterie ist komplett ausgefallen, wir müssen jetzt hier ein, äh, Reboot machen, so. Reboot, das Wort auch. Ja, so irgendwie ein Reboot von dem ganzen System und dann geht das Licht aus, also, wir sitzen im Dunkeln, dann kommen neue Rentner rein, Herbert, hier, weiß ich nicht, Mann, lauf doch nicht dahin, Herbert. Also, es war wirklich, also, da kommen so alte Eheprobleme rein. Ja, unglaublich, genau so, wir wissen doch gar nicht, ob der fährt, so, halt deine Schnauze her, Herbert. Deine Schnauze, du machst mich seit 40 Jahren kaputt. Genau, plötzlich steckt man da drin, ey, ey, und, also, irgendwie, und langsam vergeht einem auch so die Hoffnung, also, man verliert die Hoffnung einfach, die stirbt, also, bei der Deutschen Bahn stirbt sie nicht zuletzt, die stirbt einfach als allererstes so. Und das ist, äh, auch am gesündesten so, weil, ähm, genau, dann geht irgendwann das Licht an, dann gibt's wieder so eine Ansage und man konnte schon in dem Ton hören, dass es nie im Leben eine Chance gibt, dass wir heute fahren mit diesem Zug. Und dann meinst du, ja, Entschuldigung, aber das hat jetzt nicht funktioniert, wir werden uns bemühen, ähm, nochmal genau das Gleiche zu machen, ähm, und dann haben die es nochmal gemacht, okay, ey, und an dem Punkt war der schon eine Stunde zu spät. Also, die machen nochmal den Reboot, quasi, also, ihr standen. Der stand eine Stunde, genau, die machen nochmal den Reboot, dann guck ich ganz kurz, okay, fuck, was ist der nächste Zug, der dritte, okay, scheiße, es gibt einen Zug, der fährt nach Düsseldorf und von Düsseldorf dann nach Köln, okay, der fährt fünf Minuten ab, okay, ich lauf nach oben, und ich, und ich war einer der Ersten, der einfach ausgestiegen ist, also, ich hatte keine Hoffnung mehr. So, ich bin oben, und plötzlich sehe ich so, wie wirklich so hunderte Leute auch von unten kommen, also, das heißt, der ist safe ausgefallen, also, das habe ich auch später noch nachgeschaut, die kommen alle nach, okay, plötzlich ist oben auch nochmal komplett Chaos, okay, ich steige ein, ich bekomme noch irgendeinen Sitz, also, ich bin ja so ein Vielfahrer, Bahnkomfort, bla, 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 habe mich da irgendwo hingesetzt, so, okay, ich sitze da, äh, keine Ahnung, der fährt auch später los, 20 Minuten, okay, wir fahren los, dann sagen die, hey, Leute, weil der jetzt zu spät losgefahren ist, weil wir das Ziel pünktlich erreichen wollen, werden bestimmte Stationen, äh, nicht angefahren, also, da halten wir nicht an, ja, und ich denke mir so, wie scheiße muss es für die Leute sein, die einfach da aussteigen, also, weißt du, ja, klar, ja, also, die müssen sich ja jetzt einen komplett neuen Plan überlegen, also, das ist ja auch nicht deren Schuld, also, das ist unglaublich so, im Endeffekt, okay, äh, so, wir sitzen, wir sitzen da drin, fahren los, und dann, äh, wir sind in Spandau, also, das ist eine Station nach Berlin Hauptbahnhof, und dann, ähm, kommt so durch die Durchsage, hey, Leute, ähm, also, anderer Ton hat andere Wortwahl, die sagen die so, ja, Leute, also, dieser Zug ist extrem voll, der ist extrem voll, falls ihr einen Zug haben wollt, der ein bisschen freier ist, und der fährt auch direkt nach Köln, dann nehmt einfach den, auf dem gleichen Gleis jetzt hier, der fährt in fünf Minuten ab, der ist, äh, der ist nicht so voll wie dieser hier, äh, der fährt direkt da hinten, und ich denke mir so, man, okay, scheiße, ja, ich hab eh keinen Bock auf das Umsteigen, und der andere, der nächste, ist eh direkt, also, das heißt, der ist schneller, okay, ich mach das. Ich steig entspannter um, das dauert nochmal eine halbe Stunde, ich steig dann ein, und, ey, also, das war wirklich dann plötzlich, äh, Neu Delhi, also, das war komplett, also, das war wirklich, äh, 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 das war sogar Papua Neu Guinea, nee, Leute, hängen vom ICE, das war wirklich, also, der war wirklich voll. Ein Typ ist mit Chai durchgelaufen. Auf einmal wurde Chai serviert. Und Zamosas, wie gesagt. Kinder haben uriniert in der Ecke. Also das war einfach... Ich wurde vergewaltigt. Du warst auf einmal in dieser Quizshow. Auf einmal warst du Slumdog Millionär, Alter. Du warst im Endeffekt in dieser Quizshow. Oh mein Gott. Nein, aber auf jeden Fall... Wirklich, ich steige ein. Also ich möchte es nicht so sehr überbetonen, sozusagen erste Klasse, weil das ist nicht so wie erste Klasse fliegen. Es ist einfach nur, wenn man viel fährt, dann gönnt man sich diesen extra Komfort von was, 25, 30 Euro. Dafür braucht man jetzt nicht reich zu sein. Wir dachten immer, oder? Also bis vor ein paar Jahren war das so erste Klasse. Geil genug, dass ich zu Gigs mittlerweile mit dem Zug fahren kann. Aber so erste Klasse, da sitzt ja der Audi-Chef. Also da komme ich ja nie rein. Und dann merkt man einfach nur so, ah nee, also oft muss ich einfach nur so 15 Euro mehr zahlen. Oder? Ja. Also so, und dann ist es schon so weit. Ja. Und ich steige da ein und ich laufe durch und also ich sehe da komplett, ich weiß nicht, also ob rot oder schwarz, aber auf jeden Fall kein Platz. Also es war, also wirklich kein Platz in Sicht. Und es sah so schlimm aus. Also Leute saßen zwischen den Stühlen, also auf dem Boden. Und nicht nur dann zwischen den Waggons. Da saßen dann auch die Leute. Also es war unglaublich. Und dann habe ich mich irgendwann in den Gang gestellt, konnte es nicht fassen. Neben mir war so eine bisschen lautere, lebendige Truppe. Die waren aber witzig. Die haben sich so angefreundet mit ihrem Schicksal. Und haben dann einfach irgendwie Bier bestellt und so einfach so, einfach locker so getrunken, gelabert. Und ich stand dann da und irgendwann habe ich die ganze so Instagram-Stories gemacht. Einfach dieses, ich habe Fragen gestellt. und ich bin ungefähr, ich stand dann so zwei Stunden und habe so immer wieder meine Kamera in die Fresse gehalten, habe irgendwie so ein komisches Gesicht gemacht, dann irgendwie eine Story gemacht. Und irgendwann sagt ein Mädel, so neben mir, also ich stand da einfach da und sie sagt, hey, du bist doch Daniel Wolfson, oder? Und er sagt so, ja, ich mag deine Comedy-Shows. Und ich denke, hey, geil, ja, vielen Dank. Es freut mich, ich bin gerade auf dem Weg zu einer. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist immer ein komisches Gefühl, wenn man, wenn man Leute kennt, aber man es selber nicht weiß. Achso, dass die einen gerade, dass die einen kennen. Ja, und dann ist es zu lang, dass man es nicht weiß. Also weißt du, weil man fühlt sich so voll sicher und man denkt, ja, also keine Ahnung, ich bin einfach jetzt ich und ich werde hier gar nicht wahrgenommen unbedingt. Ja. Also das ist, weißt du, und dann plötzlich so, hey, Ah, jemand hatte mich auf dem Radar. Ja, die ganze Zeit. Genau, weil ich habe voll peinlich so die ganze Zeit irgendwelche scheiße Storys mit meinem Gesicht gemacht und dachte ich so, also die musste ich doch denken, und so, ach, scheiße, ach, der ist Influencer. Also oder was auch immer. Also weißt du, du hast ja irgendwie keine Ahnung. So ein Cute Girl, so ein, einfach so ein, so ein Cute Girl, das gerade eine schlechte Fahrt hat. Genau. Ja, das ist irgendwie ein bisschen so, wenn du, also nehmen wir an, so du bist zu Hause, du fühlst dich wohl, du furzt und plötzlich kommt so Pamela Anderson aus dem Schrank. Ja, und sagt so, riecht so und sagt dann so, ey, du bist doch Daniel Wolfson. Ja, genau. Ich mag deine Comedy Shows. Was auch ein komischer Satz ist, ich mag deine Comedy Shows. Ja. ich mag deine Comedy oder ich war mal bei einer Show, war geil, aber ich mag deine Comedy. Ja, nicht alle sind mit unserem Lingo vertraut, also nicht alle. Hä, sag doch, sag doch, du findest, du findest, ich habe teite Bits. Rede doch über Bits, sag doch so, also geh doch mal auf den Inhalt ein, sag doch nicht. Ja, man tut so, als wäre sie so ein Tourist und man versteht sie so nicht so. Que pasa? Hä, was, was meinst du jetzt? Du magst meine Comedy Shows. Magst du die Orga drumherum, also die Veranstaltungsorte und die Leistungen der Veranstalter? Weil, also, ich mag auch meine Comedy Shows, ja? Ja, hier ist mein Impressum. Hier ist mein Impressum. Da kannst du dich auch melden bei meinem Management. Aber das ist ja, ich kann mir ja vorstellen, also das ist ja einfach so, so ist der Mensch, so wäre zumindest mein Gehirn, dass man sagen würde, okay, wenn man jetzt hier dieser Buddhist wäre, wenn man jetzt dieser Mönch wäre, ja, dann ist man, dann ist man eigentlich ja nur genervt von der Situation, aber wo das meiste Leiden oder das unangenehme Gefühl entsteht, ist ja, dass du dir währenddessen Sorgen machst, weil, oh Mann, ich habe heute Abend diese große, diese geile Show und, äh, das passiert mir hier gerade. Werde ich pünktlich sein? Wie erschöpft komme ich da an und so? Das ist ja so, also mit der größte Schmerz, oder? In dem Moment? Ja, der größte Abfall war einfach allgemein, dass ich mir gedacht habe, ey, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner letzten Show. Ich habe mega Bock drauf. Das ist so, ähm, ja, also ich habe mich voll gefreut. Also so ein cooler Raum und all das. ich möchte fit sein, ich möchte mich jetzt noch kurz vorbereiten, ich möchte einen Moment für mich haben und jetzt stehe ich einfach nur noch da, so im Gang, so und werde auch so rumgeschubst, einfach von diesem deutschen Bahnschicksal. Also das, ich weiß nicht, ja, so. Ja, du bist so ein ganz, aber ich habe mir auch wirklich, als du gesagt hast schon, du hast einen Sitzplatz bekommen, dachte ich mir, ah krass, da in der Situation noch einen Sitzplatz zu kriegen, in dem Zug davor. Und dann dachte ich mir auch schon so, das ist doch einfach ein Fehler, dann aufzustehen. Also wenn man den Sitzplatz hat und der fährt, und der fährt so, dann so grob in die Richtung oder halt in die Nachbarstadt, dann so, da bin ich echt so, wer wird Millionär, ey, ich habe hier die 64.000, ich weiß jetzt nicht, was die Antwort ist, ich will nicht auf 16.000 zurückfallen, danke Günther, so ich nehme das Geld jetzt an, ich poker hier nicht mehr. So ich rufe auch niemanden mehr an. Ich war so dumm, denen zu vertrauen im Endeffekt, weil sie hatte ja einfach über die Ansage gesagt, so hey, dieser ist krank voll, der andere, der ist deutlich besser, der fährt direkt und dann dachte ich mir, ja okay, die wird jetzt nicht sozusagen, also komplett das Gegenteil labern, die wird ja jetzt nicht komplett scheiße labern. Ja. Aber das war halt... Aber oft haben die auch nicht die... Jetzt kann man sich vorstellen, wie sich die Leute fühlen mit Impfschäden. Ja. Das ist auf jeden Fall das extremere Beispiel. Aber das ist auch so, da kam auch eine Ansage, so nee, ist alles cool, da passiert gar nichts. Hier, warte einfach auf die Nächste, auf die Nächsten und dann, oh shit, okay. Genau. Doch nicht. Ja, das Witzige war, irgendwann, also, es gab einen Typen, ich konnte das irgendwie nicht so richtig deuten, okay. Der hatte sich mit dieser Gruppe links neben mir, also die waren links neben mir, der hatte sich komisch so mit denen angefreundet, der hatte beim Platz, der saß auf so einem Bahnkomfortsitz, okay. und der hat immer wieder mit denen so irgendwie so kleine Späßchen gemacht, so und dann so irgendwie mit einem Bier angestoßen und das war so ein älterer Lebemann. Und einmal, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin an ihm vorbeigelaufen und er meinte so, ja, wollen Sie hier durch? Und dann hatte ich irgendwie einen witzigen Comeback auf diesen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber da habe ich vielleicht irgendwie gesagt, ich möchte gar nicht erst hier sein oder irgendwie sowas, aber ich habe auf jeden Fall irgendwas gesagt, was ihn wirklich stark zum Lachen gebracht hat. Also ich habe schon während der Zufahrt, wie geht es, auch auf dem Weg nach Köln. Ja, aber Spaß, aber wirklich. Also quasi er hat stark gelacht und dann hat er gesehen, dass ich in dieser misslichen Situation war und einfach zwischen diesen zwei Waggons stand die ganze Zeit und dann ist er einmal an mir vorbeigelaufen und meinte so, hey, aber ich stand quasi vor dem Gastroabteil, okay, und dann meinte er so, hey, wenn du einen Platz siehst, wo wir beide sitzen können, dann lade ich dich ein, du sagst mir Bescheid und ich lade dich dann ein. Ich fand das so voll komisch. Also wie wertest du diesen Deal? Meinst du, er wollte ... Ja, ich wert ihn so, dass er einfach jemanden haben wollte, mit dem er saufen kann, damit er sich, damit er nicht alleine saufen muss. Ich glaube, der lädt voll oft Leute ein, weil er einfach dieser Lebe-Mann in Anführungsstrichen ist, der einfach mittags gerne säuft. Ja, weil ich habe das nicht ganz verstanden, weil er saß ja trotzdem, also er hatte schon Platz und dann meinte er so, wenn du uns einen findest, wo wir beide sitzen können, dann lade ich dich ein. Und irgendwann ... Das ist eigentlich ein fairer Deal, also auf eine Art, das ist schon sehr nett, aber ... Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt kam danach das Best Case. Ich glaube, da baut er so Druck auf. Ja. Danach kam ... Also, weil ich dachte mir so, hey, wenn ich schon sitze, dann möchte ich jetzt nicht, also quasi, ich möchte nicht wie so ein Chick im Club eingeladen werden und dann so Schuldgefühle haben, so ... Du lächelst dann auch die ganze Zeit. Und irgendwann so, ja, ich muss los, ich muss hier, keine Ahnung. Ich bin eigentlich nur zum Tanzen hier mit meiner Freundin. ich tanze hier eigentlich so mit meinem ... Nee, er lädt mich so auf ein Bier ein, ich quatsche mit ihm so ein bisschen, ich bin so auch irgendwann gelangweilt und dann stehe ich einfach auf, also ohne dass ein Song läuft, dann sage ich so, das ist mein Song. Ich glaube einfach mehr. Er so, hey, bleib doch hier, Mann, du bist eh hässlich. Du bist eh hässlich. Verpiss dich, du Schlampe. Genau. Na, auf jeden Fall, dann so ungefähr zwei Stunden später wird was in diesem Gastro-Zug frei. Ich setze mich hin. Er, also ich habe ihm nicht Bescheid gesagt, er hat sofort gecheckt, dass gegenüber von mir Platz frei geworden ist. Dann meinte er so, kann ich mich hier hinsetzen? Und ich war ihm relativ kalt gegenüber. Ich hatte gesagt so, ja, das ist für mich kein Problem. Also ich habe aber jetzt nicht gesagt, ja, komm, macht es, wir saufen jetzt ein und all das. Und dann dachte ich mir, ja, wozu soll ich hier sein? Ich habe hier keinen Bock zu saufen, außerdem ist es hier nicht so bequem. Ich nehme einfach seinen Platz und dann hatte ich quasi ihm diesen Platz vorgeschlagen und habe seinen Platz genommen und ich hatte ab da eine normale Fahrt. Wie, aber, aber, aber dann habt ihr, habt ihr nichts mehr mit deiner zu tun gehabt? Dann wart ihr auf einmal so nichts mehr zu tun gehabt. Distanziert, so, ihr wart so somebody that I used to know. Genau. Ah, krass. Nee, das war für mich auch einfach ein sauberer Deal. So, no hurt feelings. Alles gut. Ja, er war so kurz davor, noch Shots zu bestellen, Alter, im Bordbistro. Habt ihr auch Shots? Es gab mal die Diskussion, ob die da Alkohol abschaffen. Ich glaube, das war mal kurz ein Ding oder haben sich viele so gesagt. Ja, so das, also auf eine Art theoretisch. Also ich trinke da nie, aber ich mag das Gefühl, dass ich das kann. Ja, es ist schon cool, die Option auf dem Bier zu haben. Ich frage mich, ob die auch Wein haben, aber es wäre echt strange, wenn die dann so Mojitos und dann einfach so Shots anbieten ab irgendeinem Punkt. Gin Tonic kann man da trinken. Nein, echt? Ziemlich sicher. Oh, wow, okay. Ja. Cool. Aber ich glaube, das hatten wir eh schon vor ein paar Folgen. Also ich meine, wenn man mal mit dieser Realität konfrontiert ist, ja, da denkt man sich so, ey, ähm, was für eine Verkehrswende, also was wollt ihr, also ihr könnt nicht die Leute hier die ganze Zeit so herumschubsen. Das funktioniert nicht. Das ist ein komplett marodes System. Und danach, also das triggert die Leute. Das macht einen wirklich kaputt. Ja, aber, ja, da kommt ja der, ähm, ich sag mal, der linke, äh, Wirtschaftstheoretiker in mir heraus. Äh, der Staat hat einfach, äh, zu lange nicht investiert. Die haben, die haben wirklich viele Sachen kaputt gespart. Also das war mal geil in den 70ern und 80ern, so Sachen haben funktioniert und so. Und jetzt merkt man irgendwann, das muss aufrechterhalten werden. Ja, man lebt eigentlich so von der Substanz und irgendwann geht auch da nicht mehr viel und dann zeigen sich so Risse so. Hey, was labert ihr, deutsche Pünktlichkeit? Das ist einfach nicht mehr da. Das ist so ein, das ist ein alter, das ist ein alter Mythos. So, also geil. Also ich fand das eigentlich cool von, von, äh, von Habeck damals im Wahlkampf. Dann hat er auch als, äh, den Satz habe ich nur bei ihm gehört, irgendwie, so richtig simpel hat er ihm gesagt, wir wollen ein Land, das funktioniert. Also einfach so, dass Dinge funktionieren und das Gefühl hat man irgendwie nicht mehr. Weil es ja irgendwie dieses ganze, das ist glaube ich voll das große Thema und da gab es immer voll viel Diskussion drum, aber dieses, äh, die schwarze Null und dass man keine neuen Schulden aufnehmen darf, so um Gottes Willen, bloß keine Schulden aufnehmen. Es wurde einem immer so erklärt, so als wäre, als wäre der Staat so ein Privathaus zahlt, so, hä, du kannst nicht so viel mehr Geld ausgeben, als du einnimmst und das würdest du doch auch bei dir privat nicht so machen. So, ja, aber das ist was anderes. Also, das ist ehrenlos, das hat keine Ehre. Das hat keine Ehre. Deutschland ist ehrenlos geworden. Aber, äh, ja krass, aber du bist noch einigermaßen pünktlich angekommen oder wie, also wie lange war dann die Fahrt oder was war dann, äh, was war dann die Konsequenz? Also ich sag's ja, ich glaub die Fahrt waren wirklich also knappe acht Stunden insgesamt dann. Oh Mann. Also mit allem drum und dran, das waren so fast die doppelte Länge der Fahrt. Da merkt man auch so, bei so etwas merkt man auch wieder so voll krass, ah, okay, man wird als Comedian fürs Touren bezahlt. Also man wird für diese Fahrt viel mehr bezahlt. Ja. Weil das auf der Bühne macht meistens wirklich Spaß. Also man ist im Moment, man macht die Sache, die man liebt. Äh, so, man ist, also, das ist geil. Also wenn man sich einfach reinzoomen könnte, dann würde man das für auch echt weniger Gargage machen oder was auch immer. also, ähm, das ist die coole Sache. Das Ganze drumherum ist, ist, ist der Abfuck so. Auf jeden Fall. Also ich bin dann angekommen und es war dann alles richtig stressig. Also man muss dann ein Soundcheck machen und all das, äh, und, ähm, ich hatte es noch so aufgenommen mit der Kamera und all das. Man muss sich auch darum kümmern und, äh, dann irgendwie noch kurz Essen bestellen, dann dusche ich kurz, bin komplett verschwitzt. Du hast noch geduscht? Ja, ich hab noch geduscht, dann bügele ich noch meine Sachen, äh, hier, keine Ahnung, was auch immer, zieh mich an, ey, bereite mich minimal vor, noch kurz davor und ich hatte einerseits voll Bock auf die Show, aber andererseits hatte ich auch irgendwie so Schiss, fuck, ist es gerade zu stressig, werde ich eine gute Show abliefern können, all das. Ja, und das war wirklich, also das klingt ja so prätentiös oder so, aber, ähm, das war wirklich interessant, aber sobald ich, äh, die Bühne betreten hatte, beziehungsweise, äh, quasi nach dem ersten Lacher hab ich mich echt, ähm, gut und frei geführt, also ich dachte so, ach, geil, und ich hatte auch irgendwie sofort gemerkt, also auch vielen Dank an alle Leute, die da waren, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute auch wirklich Bock hatten und, äh, das war von Anfang an eine gute Stimmung, also ich, äh, hatte keinen Opener bei, bin, äh, raw irgendwie direkt so auf die Bühne gegangen und, es hat mega viel Spaß gemacht, es war eine echt coole Show, äh, ja, also nochmal vielen Dank an alle Leute, die da waren, äh, äh, ja, hat mega Bock gemacht und ich hab wirklich, also ich war so dankbar dafür, weil, also, ey, äh, ja, als ich danach von der Bühne gekommen bin, dachte ich mir so, krass, nach diesem stressigen Tag irgendwie so eine coole Show, hat mega viel Spaß gemacht, äh, also irgendwie nach einer guten Show sind alle Sorgen vergessen. Ja, weil, weil eben, weil ich glaube, viele haben sich da drum gedreht, oh, wird die Show gut, ah, wird ich das jetzt so, äh, was, so, und, ähm, und, genau, ja, und eigentlich ist auch Gloria mit einer der besten Räume, um dann so einen Tag vorher zu haben, weil die Leute vor Ort sind super professionell, die sind die ganze Zeit in diesem Raum, man ist nicht irgendwie über einen Veranstalter gebucht in irgendeinen anderen Raum, wo die jetzt so, neuer Techniker kommen, also der Veranstalter, also die, das ist halt, alles kommt da aus einem Guss und, also, die machen die ganze Zeit Veranstaltungen im Raum, das Mikro ist schon gut eingestellt und so, also die, die wissen so schnell, so, was sie tun. Ja, ist auf jeden Fall ein mega kompetentes Team, ja. Ja, man ist da so gut aufgehoben und die Stimmung, habe ich es erzählt, ich hatte, ja. Ja, also die, ich hatte da auch immer richtig geile Shows, also, ich finde so, das ist einfach ein geiler Raum, die Leute mögen es auch dort zu sein, ich glaube, also so. Ja, es ist ein super Comedy-Raum, ist auch irgendwie im Zentrum, also es ist echt angenehm, das ist jetzt irgendwie kein Off-Alternativ-Raum irgendwo und Buxtehude oder so, aber ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, da hatte ich es erzählt irgendwie bei einer meiner letzten Shows, ich sage jetzt nicht welchen, weil ich die Venue nicht thrashen möchte, weil das war eine coole Show und das Team da drum war auch nett, aber, das war wieder so ein Classic-Ding, so der Techniker hat irgendwie die Song abspielen am Ende nicht hinbekommen und dann, hatte ich es erzählt auf dem Podcast oder nicht? Auf dem Podcast glaube ich nicht, nee. Ich glaube, du hast es mir erzählt. Echt? Wenn es das ist. Ja, aber auf jeden Fall, achso, nee, das ist nicht das, woran du denkst gerade, das ist noch eine andere Story, aber, ja genau, am Ende spielte ein Song von mir nicht, das Outro und auch danach gar keine Playlist mehr, okay? Und ich hatte Fotos gemacht und einfach nur so im Stillen, also einfach so, und man hört noch nicht mal einen Kamerablitz, weil es einfach, also vom iPhone digital ist, aber, ähm, genau, und ich, ich habe ihm dann gesagt, keine Ahnung, wie er jetzt heißt, aber ich, nee, einfach jetzt Dieter, er war schon ein bisschen älter und ich frage ihn so, hey Dieter, so, was war, was war los? Warum keine Musik am Ende? Und dann sagt er so, Mann, ja, hat einfach nicht funktioniert, Spotify, das mache ich nie wieder. Ich, ich arbeite nur noch mit Dateien und dann dachte ich mir, okay, du solltest aufhören, hier zu arbeiten, weil, also, du kannst nicht einfach sagen, Spotify mache ich nicht mehr. Genau, also, die Welt kann sich, nicht um deine Inkompetenz drehen. Also, du musst jetzt an diesem Punkt leider mit der Zeit gehen. Das ist, sorry, wir sind past Dateien. Wir haben diese scheiß Streaming-Dienst. Naja, aber ernsthaft. Aber für ihn, für Dieter, war das so der neueste Scheiß, wo er nur drei Jahre Zeit hatte, sich daran zu gewöhnen, bis so die nächste Scheiße da ist. Weißt du, was er sich irgendwann gesagt hat? So, MP3, das ist der letzte Scheiß, den ich mitmache. Ja, ja, ja. Ey, ich gehe nie wieder was mit. Ey, ich sag's, er hat so auf den Satz schon gebracht, das wird mir hier zu bunt. Das wird mir hier einfach langsam zu bunt. Und ich kann's ja absolut verstehen, aber das ist sozusagen dann nicht mein Problem oder das nicht der jüngeren Künstler oder so. Also, ich kann mir das nicht so, von was auch immer, von LimeWire, irgendwelche Dateien, oder was auch, wie hieß das? Pirate Bay. Schick ihm Pirate Bay Link. Hier kannst du meine Playlist runterladen, bei Pirate Bay. Ich hab deine Playlist angelegt. Ich bringe mir eine Kassette, die also über Walkman abspielt, keine Ahnung. Ey, ich hätte auch wollen. Ja? Wie hieß nochmal diese erste Musikbörse für MP3s, Mann? Ähm, Napster? Die haben Geld genommen. Was? Napster! Die haben Geld genommen? Napster gab's als Bezahlmodell? Ich glaub schon, oder? Ah, okay. Ey, ich hab das Gefühl, das war alles die Zeit, wo gerade illegal war und die Musikbranche einfach untergegangen ist. Ja, ja, das war eine richtig komische Zeit, ja, ja. So knappe zehn Jahre, würde ich sagen. Ach krass, ey, ich hatte mal einen Techniker, ich glaub, das war in Duisburg oder so, ähm, das war so Corona-Hochzeit, das war voll die, also es war eigentlich, äh, die ganzen Shows im Herbst, die meisten von denen, war mega ärgerlich, weil das waren so voll die guten Ticketverkäufe, also das waren so volle Shows, da waren so immer so zwei, dreihundert Leute da, aber wegen Corona musste ich da so in so Stadt, in dem einen Fall in der Stadthalle spielen. Also es war wirklich so, äh, da waren so, ich sag jetzt einfach mal 250, dreihundert Leute da, aber es hat sich angefühlt, als wären da so 70 da, weil wir in so einem 800er-Raum, oder es war irgendwie so völlig überdimensioniert, Leute sitzen so verteilt und ich hatte da einfach so eine Riesen, da waren so zwei Techniker, so links oben und rechts oben und einer war, also das war so völlig überdimensioniert und, äh, da hat der Typ, irgendwie da ging es um Musik und Anschluss und so und dann hat er irgendwann so gefragt, so, ja, das ist so random, so, also wenn du es auf Minidisc hast, hast du es auf Minidisc? Nein. Wer hat Minidisc, also wer hatte je Minidisc? Das war so richtig so, also ich kann hier Minidisc noch abschauen. Ich glaube, Helge Schneider war vielleicht noch der Letzte, der mit einer Minidisc reingeschneit ist. Ey, so geil, als es das gab, hat es keiner, also es war so richtig random, so, ja, hier irgendwie, also ich habe einfach noch ein Gerät, das das irgendwie noch kann und nicht mal eine normale CD oder so, also es war so, nee, ich habe keine Minidisc, Mann, scheiße, ja, dann müssen wir irgendwie das und das und dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das war irgendwie so, dann Ivans Handy, dann den Anschluss, dann da und so weiter. Ja, aber es gibt genug, solche Storys, so Techniker-Storys, wo, wo, das ist auch krass, die haben einfach so einen Job, wo sie wirklich, also die sind ja Techniker, aber das sind gleichzeitig auch alte Menschen und die müssen halt wirklich, nein, das ist ein Job, das ist, also die müssen das halt lernen, also die müssen einfach sich ständig informieren und frisch bleiben eigentlich, also, das ist halt leider so, also, das bringt der Job mit. Da hatte ich auch den Spruch gerade parat, den ich mal bei irgendjemandem glaube ich, das ist so ein Insta-Bio-Spruch oder was auch immer, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Hm, kann man wirken lassen. Ah ja, ja stimmt. Hat einen Moment gebraucht. Ja, hat einen Moment gebraucht. Das ist einer von denen, ey. Ja, ich war, ich war auch auf Tour, ich war auch auf Tour, ich habe gerade daran gedacht, ich weiß nicht, ob das jetzt passen würde, dass du noch deine Termine ansagst, weil wir gerade bei deinem letzten Termin vor der Sommerpause waren. Vielleicht macht das auch Sinn. Ja, würde ich, würde ich gerne machen. Also, genau, es war gerade der letzte Termin vor der Sommerpause, jetzt gehe ich in diese Sommerpause. wie so ein Kind, sagst du es auf. Danach gehe ich in die Sommerpause. Ich musste es gerade überbrücken. Ich musste gerade die Zeit überbrücken, bis ich meine Termine hatte hier. Ach so, ah ja, okay. Aber genau, ich sage mal jetzt einfach, alle Termine so grob am Stück durch, ja, weil es sind echt viele neue dazugekommen und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr da hinkommt. Die Show ist jetzt echt nice, macht gerade mega viel Spaß. Ab September geht es wieder los. Im September bin ich in Paderborn, in Braunschweig, in Hamburg und danach im Oktober in Siegen, Köln, Krefeld, Aachen, Dortmund, Trier, Saarbrücken, dann im November Dresden, Lüneburg, Dezember, Göttingen, Mannheim, Mainz, Karlsruhe, Bayreuth, Nürnberg, also das ist schon das nächste Jahr, dann Wuppertal, Augsburg, Ulm, Stuttgart und alle Tickets bekommt ihr auf danielwolfson.de Ich weiß nicht, ob ihr da mitgekommen seid, aber das sind irgendwie knapp 20 Termine. Deswegen geht da nochmal auf die Seite oder guckt euch die Podcast-Notizen an, da packe ich nochmal den Link rein oder auch einfach auf Instagram in der Insta-Bio und genau, es macht mega viel Spaß und es ist cool auch immer wieder so am Ende Leute zu hören, die den Podcast hören und ja man, es ist echt nice. Deswegen kommt zu der Show, ihr werdet es nicht bereuen. Das ist auch ein guter Schlusssatz. Ich kann sicherstellen, niemand wird es bereuen, sodass jemand aus der Show rausgeht und sagt, also das bereue ich. Das war eine Fehlentscheidung. Ja, auf jeden Fall. Ihr werdet es nicht bereuen und mega viel Spaß. Auch eigentlich ein gutes Stichwort für mich, weil ich schreibe gerade neues Material und es macht mega Spaß. Ich bin gerade wieder, das ist ein bisschen dieses Gefühl von so back zu, ja ich sag mal 2017, 2018 zu sein. Das war das letzte Mal, wo ich so lange am Stück eigentlich in Berlin immer viel aufgetreten bin bei den Mikes. Und das sind, also genau. Und dazu wollte ich eigentlich sagen, kleiner Sneak Peek oder kleine Ansage jetzt schon mal, meine nächste Tour wird, ich kann noch kein genaues Datum nennen, wann die Tickets alle kommen, aber ich kann nur sagen, bald und demnächst für den Herbst 2024. Also einfach nächstes Jahr und da kommen noch dieses Jahr auf jeden Fall Tickets online, wieder in allen, im deutschsprachigen Raum. Ihr kennt die Städte und das macht gerade richtig Spaß, daran zu arbeiten. Und da gab es auch, also das finde ich irgendwie sozusagen, es ist immer noch so ein Ding bei allgemeinen Live-Veranstaltungen, okay? Allgemein Live-Veranstaltungen. Ich war jetzt quasi auch auf Tour, aber als Konsument. Ich war auf dem Splash. Ich war mal wieder auf dem Festival nach, glaube ich, zehn Jahren. Ich war knapp zehn Jahre nicht mehr auf irgendwelchen Festivals und so. Ich war so drei, vier Mal mit Anfang 20 da, in einem Zelt geschlafen. Hab es als unangenehm in Erinnerung eigentlich, weil ich bin ja kein, ich bin kein riesiger Musikfan oder so. Das war einfach sozusagen drei Tage feiern und am Ende geht es einem echt nicht mehr so gut. Einfach so. Und ich war jetzt super, super erwachsen auf dem Festival. Ich glaube, ich habe eine neue Stufe des Deutschseins in ein neues Level freigeschaltet. Ich habe mir einen Wohnanhänger geholt. Kennst du diese Dinger, die man manchmal so auf der Autobahn sieht? Also ich hatte mit denen nie zu tun. Ich hatte auch nie gedacht, dass ich jemals damit was zu tun haben werde. Einfach so dieser Anhänger. Ich wusste auch nicht, dass mein Auto so eine Anhängerkupplung hat. Habe ich alles sozusagen spontan herausgefunden, dass das ginge. Und so einen Wohnanhänger geholt mit so, ich war dann auch sozusagen unfreiwillig auf einmal krasser Eisern-Union-Fan. Union Berlin. Ich hatte so jede Menge Sticker auf dem Ding. Eisern-Union. Ich wollte schon gerade sagen, also am Ende, also hinten findet man oft so einen rechten Sticker. Gerne mal. Ja, ich finde, ich kenne mich mit Union Berlin gar nicht aus, aber ich denke mir so, wenn es rechte Fans in Berlin gibt, dann würde ich denken. Ach, das habe ich jetzt nicht gesagt. Achso, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber es klingt halt sofort, ich finde das Wort Eisen klingt halt sofort rechts. Und da steht halt immer Eisern. Die haben halt immer auf diesen Stickern, so Eisen ist immer so für mich irgendwie so ein rechtes Wort fast. Jedenfalls, wenn es so gedruckt irgendwo dasteht. Und ja, war super angenehm. Das war so, es war so voll die, ich weiß nicht, warst du schon mal auf dem Festival eigentlich? Ich glaube nicht, nee. Nee, genau. Und es war einfach, also ich habe es halt so in Erinnerung, dass es halt super anstrengend ist, weil man ist in diesem Zelt, man wird morgens wach, weil es irgendwie heiß ist und einem ist auch nass oder so. Also es ist so ein Ausnahmezustand. Man trinkt irgendwie die ganze Zeit, auch so teilweise so, einfach so, weil es so passiert, so um 13 Uhr, so fängt man dann an, irgendwie so Bier zu trinken und so. Und das war jetzt so voll das Gegenprogramm. Das war so, es war, es war noch an der Grenze zu, jetzt wird es wirklich langweilig. Aber es war so eine richtig erwachsene Erfahrung, weil ich habe so, wir haben so, ich war mit Freunden da und wir hatten einfach so, uns so richtig gut ernährt. Es wurde auch mal gekocht und so, es gab so, die hatten sich auch einen Wohnwagen geholt und es gab so voll viel Obst und Gemüse und ich bin, also ich bin im Endeffekt so richtig fit von diesem Gelände runtergefahren und die anderen, also das sah so, das sah einfach so schlimm aus, weil da wird einfach so eine, das ist ja eine riesige Fläche einfach. Ich hatte es vergessen, wie groß solche Sachen sind. Also es sind so irgendwie 25.000 Leute da und das ist einfach so, da entstehen einfach so innerhalb von so einem Tag, ist es so ein Slum. Also das ist dann einfach so direkt so, Leute liegen quasi in ihrem Müll rum, überall liegen irgendwelche Packungen rum, also das sieht so richtig schlimm aus. Das ist so nach einem Tag, einfach ist man auch so und ich wollte sagen, wieder in Neu-Delhi. Aber, was ich eigentlich sagen wollte ist, das ist mir, das ist halt bei Comedy-Shows, schon echt ein bisschen besser geworden, aber bei Festivals fällt es mir halt krass auf, äh, fast keine Ausländer. Also das ist so wirklich eine krasse, also keine, mit Migrationshintergrund nichts, also, ähm, das sind so, also es ist, glaube ich, wirklich so ein Anteil von so unter einem Prozent, der, der irgendwie, äh, der, der, also ich glaube, so auf der Bühne sind wirklich fast in absoluten Zahlen genauso viele, wie so auf dem gesamten Gelände. Ähm, und, und, äh, das ist einfach so, weiß ich nicht, also so, wo man sich denkt, ach krass, also gerade bei solchen Sachen, und das gilt so als weltoffen, also als so eine kulturelle Geschichte, irgendwie auch so bei Live-Events, also wir kennen es auch von Comedy, das ist einfach sozusagen, es gibt irgendwie dieses Ding, so Ausländer gehen nicht zu, Kulturveranstaltungen, irgendwie ist es noch nicht so drin, aber wenn mal einer da ist, und die Erfahrung hatte ich letztens, und es ist so, ich spiele gerade neues Zeug, und es ist nicht per se migrationsmäßig, aber es spielt eine Rolle, und dann kriegt man manchmal so, also, man hat manchmal das Gefühl, bei einigen Leuten, ja, die checken es nochmal anders, also, das ist dann jemand so, das ist dann einfach so voll das coole Gefühl, und wo man sich denkt, ah, Mann, es wäre cool, wenn nochmal ein paar mehr von denen auch da wären, weil er dann so meinte, Mann, es war so quasi dieses Gefühl von, und das war bei mir genau so, also, ich musste so, das klingt jetzt komisch, das über sich selber zu sagen, aber so, ich musste so durchlachen, weil ich habe so genau das mit meinen Eltern, und da und da, und in der Schulzeit, und genau das, und dann denkt man sich so, ah, geil, ähm, mehr, mehr von euch, ähm, aber, ja, ich hatte, äh, also, ich habe auch in meinem, äh, in meinem, äh, ein Bit über meinen Vater, und, äh, neulich, ich glaube, das war bei einer Show in Mainz, da war, äh, so eine größere Gruppe von Russen, und dann, äh, hat der eine, das ist halt ein Insider, dann direkt so ein Bit gewesen, aber er meinte so, genau, also, genau das, also, ich habe genau das gleiche mit meinem Vater gehabt, und das war für mich auch so ein cooler Moment, so, ah ja, genau, also, das ist es, also, ja, also, du verstehst, was ich meine, also, quasi, es ist für dich nicht nur ein Witz, weil es witzig ist, sondern es ist, also, quasi, oder weil es komisch ist, sondern es ist für dich witzig, weil es echt ist, also, das ist ein Unterschied. Ja, ja, es gibt ja so, an den Stellen lachen ja auch die anderen, weil es dann doch Ähnlichkeiten gibt, und sie das schon verstehen, und das ist witzig, und sie sich das gut vorstellen können, oder so, aber dann von jemandem zu hören, so, Mann, ja, das war bei mir genauso, also, es ist ja genauso, diese spezifische Erfahrung, ähm, es ist, ja, es ist ein megacooles Gefühl. Ja, voll, voll. Ja. Aber, wen fandest du da am besten, oder, also, was fandest du da gut, was war das Highlight? Ich muss, ich muss sagen, also, ich bin ja, ich stecke ja gar nicht so sehr in Hip-Hop drin, das Ding war, ich bin Mittwochnacht angekommen, so quasi wie die meisten, aber ich hatte Donnerstag noch eine Show in Berlin, und ich bin von dort, also, wir haben bestimmt auch ein paar, ich glaube so, also, mindestens zwei Leute, bin ich mir sicher, die den Podcast hören, waren dort, ähm, und, äh, genau, das sind so eineinhalb Stunden, also, für die Leute, die da waren, äh, von Berlin entfernt, und ich musste nochmal hin, nach Berlin, und nochmal zurück, und bin dann, äh, hab leider Shindy verpasst, äh, mich hätt's gerne mal gesehen, ähm, und ich bin angekommen, so gegen Ende von, äh, Peter Fox, also, am Donnerstag waren auf dieser Mainstage, Shindy, Peter Fox, und danach Kendrick, und, äh, Peter Fox wurde voll gehatet, also, so von diesen richtigen, so, die hat so Hip-Hop Fans, weil, ich, ich, ich versteh den Hate nicht so sehr, also, ich versteh den auf der Ebene von, ja, das ist kein richtiger Hip-Hop, und es ist irgendwie so zu Mainstream, und es ist irgendwie, das passt hier nicht hin, aber so, ich finde so ihn als Person, und auch als ich ihn auf der Bühne so gesehen hab, ich hab keine Infos zu ihm, aber ich finde ihn so voll angenehm, also so, und ich fand die Show echt gut, das, was ich gesehen hab, ähm, und das sind dann so diese, die, die Hits, die man auch kennt, er hat doch, sag mal, was er am neuen Album gespielt, das ist jetzt irgendwie vor kurzem rausgekommen. Wenn so der Special Guest, oder der Special Act, so einfach so Rammstein wäre, so, uh, Scheiß auf alles. Ich hab dich verpokert. Ja. Einfach so, Scheiß auf alles. Auch noch ein Splash, so richtig Fehlerplatz, also was die Musik angeht, und die Ästhetik, ja. Ja, es hat auf keiner Ebene Sinn gemacht. Nee, das wäre wirklich ein falsches Booking. Da würde ich, da würde ich wirklich sagen, da wurde falsch gebuckt. Es hat auf keiner Ebene Sinn gemacht. Ja, aber ey, ganz kurz, aber warte mal. Aber die sind jetzt günstig. Die kann man jetzt voll günstig buchen eigentlich. Ja, aber ich glaube, jetzt könnten wir Rammstein buchen. Also wir könnten jetzt einfach... Jetzt könnte man die auch ins eigene Backstage einladen. Jetzt können die auch im eigenen Backstage spielen bei einem. Ähm, Dings, aber, ähm, ey, aber ganz kurz, ebbt das gerade ab? Ist das gerade wieder scheißegal eigentlich? Ja, also ich glaube, das Ding ist, ähm, es wird einfach ermittelt. Also es wird jetzt auch einfach ermittelt. Das ist das Gute. Also, äh, es ist strange, wenn so die Staatsanwalt so nach zwei Wochen sagt so, ey, ich glaube, das trendet irgendwie nicht mehr. Also es ist irgendwie nicht mehr so heiß, das Thema. Ich habe auch keinen Bock mehr. Also, äh, kommen jetzt auch keine neuen Videos raus. Keine Ahnung. Ähm, ne, wen ich am besten fand. Schwer zu sagen, wen ich am besten fand. Also, ich fand Kendrick echt gut. Also, das war einfach so, von dem, wie ich es beurteilen kann, einfach eine solide, gute Performance. Also, er ist jetzt nicht so krank abgegangen und hat irgendwas so, also ich hatte so das Gefühl, als so jemand aus einer ganz anderen Branche und auch als viel weniger erfolgreich, dachte ich mir so, ja, ich schätze mal, das war gerade eine 7 von 10 für ihn selbst. Einfach eine solide, gute Leistung. So, ähm, kein, äh, nichts Besonderes gemacht, aber halt, also, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit irgendwie. Also, er hat halt alles gerappt. Also, das war schon wirklich live und, ähm, und echt sauber und voll gut. So, also, äh, ich hätte echt gerne Eminem in seiner Prime gesehen, muss ich wirklich sagen. Ah, ja. Mit all den Hits, also, jetzt nicht mit diesem, was er jetzt macht, dieses, Technical, Magnical, also, nicht das, also, das braucht es nicht. Also, als er noch so richtig, so Sorgerechtsstreit hatte, gerade wegen Hayley, so die Zeit. Ich will den Sorgerechtsstreit. mit diesem unendlichen Hass auf die Mutter, mit dem ich nicht connecten konnte, aber, also, nee, aber, also, die Songs, also, einfach so, und wie, also, er hat es auch krass performt, das hätte ich wirklich gerne gesehen. Ja. Also, Marshall Meadows LP und was auch immer dann das Album davor war. Eminem Show? Ich glaube, das war der Eminem Show, genau. Also, irgendwie hätte ich das gerne gesungen. Also, einfach 2003, so Irak-Inversion, Eminem. Die Zeit. Ja. Genau zu der Zeit wäre ich ungern im Irak, aber sehr gerne auf einem Eminem-Konzert. Auf einem Eminem-Konzert. Okay. Aber wen ich am besten fand, also, ich glaube, das könnte ich jederzeit sagen, nicht nur 2003. Das kann man immer sagen. Ich glaube, ich könnte immer sagen, ich wäre immer lieber auf einem Eminem-Konzert als einfach im Irak. Als einfach im Irak. Ähm, ja, ich fand, ähm, äh, also, oh, schwer einzuschätzen. Es gab so ein paar, so Freunde von mir stecken so richtig in Deutschrap drin und ich kann die Namen quasi nicht. Also, ich kannte die nicht. Ich kenne, ich stecke halt so drin, dass ich so die ganz großen Stars so gerade so kenne und da von denen auch nur die Hits und manchmal bei den Hits sogar nicht weiß. ähm, deswegen, ich habe ein paar Leute gesehen, die nicht so bekannt sind und deren Namen ich vergessen habe. Wobei, an einen Namen erinnere ich mich, äh, Lugati und, äh, ich fand die richtig gut und da hat man auch gemerkt, ja, und, äh, das waren auch Leute, er und sind irgendwie unfair seinem Kumpel gegenüber, weil sein Name hatte, glaube ich, noch Zahlen im Namen und da war ich raus. Ja, der heißt Nein. Irgendwas, irgendwas mit Nein. Ja, das sind so Namen wie so Passwörter ab irgendeinem Punkt für mich. Da kommt noch so eine Raute irgendwo, also, ah, scheiße, ich kann mich das nicht merken. Ähm, aber, äh, genau, äh, den und es gab auch noch zwei, drei andere auf einer kleineren Bühne und der gab's, also, die waren richtig gut. Also, das war wirklich cool. Das war sozusagen von dem, wie ich das beurteilen kann, so Rap-technisch echt gut und, und auch einfach von der Energie und dass man gemerkt hat, die freuen sich richtig da zu sein und die geben alles und sind so voll da. Ähm, und, was ich krass fand war, so im Kontrast dazu, also, Haftbefehl. Also, das war echt so, die Leute sind halt extrem abgegangen. Also, die Leute haben's krass gefeiert, einfach da zu sein und mit ihm zusammen seine Songs zu hören. Also, das war, ähm, keine Performance. Ich weiß nicht, man, das ist jetzt richtig strange, weil, ich muss immer wieder dazu sagen, ich fühl mich echt so, wie so jemand, der jetzt so Football bewertet und ich kenn auch nicht mal die Regeln. Ich war so, war das ein Touchdown? Bin mir nicht sicher. schießt er den Ball jetzt so durch die Beine von dem einen und muss es da, War das ein Speedcore? Ja, muss es in dieses weirde Tor da oben rein? Also, was ist jetzt gut? Also, war das ein Frag? Wie viele Yards sind gut? Ich weiß nicht, wie viele Yards gut sind, aber von dem, was ich so gesehen habe, war so, das Mikrofon war oft nicht am Mund und ich fand's einfach, das Einzige, was ich, wo ich mich quasi ein bisschen auskenne, wo so ein Musikauftritt Ähnlichkeiten hat mit einem Comedyauftritt, ist irgendwie Anfang und Ende, wie man auf die Bühne kommt und wie man geht, also, und er ist auf die Bühne gekommen und ich hab's nicht mitbekommen auf ne Art, also er war auf einmal da, er ist so einfach so, yo, 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 also er ist einfach so reingeschneit auf die Bühne und er ist auch einfach so gegangen, also er meinte so, ja, hat dann das Mikrofon genommen, ja Leute, vielen Dank, euch, euch einen schönen Abend, Mikrofon einfach so hingelegt und einfach so von der Bühne spaziert, das hatte so, das, das wirkte schon echt so, als würde er keinen Fick geben mal als wäre er besoffen oder was weiß ich, ich kann's nicht einschätzen, aber, es wäre witzig, wenn er so ein Gimmick hätte, der einfach immer so zu seinem Namen passt, dass er egal, wo er auftritt, dass er am Ende immer verhaftet wird, also, dass er es auch immer wieder durchzieht, was cool sein kann bei den ersten drei Shows, aber ich glaube, wenn er dann so, also wenn dann die Fans erfahren, so, er wird nach jeder Show verhaftet, also ich meine, es ist lame, also es ist lame, dass da jemand immer im Hintergrund steht, der so verkleidet ist wie so ein Stripper, ja genau, also, also, die Show war im Endeffekt auf eine Art dann krass, so, also, wie gesagt, weil die Leute so abgegangen sind und dann, es gab bei allen immer diese Moshpits und bei ihm war auch, also, das war auch doll und so, aber, ähm, ich glaube, also, nee, also ich glaube auch, ich glaube auch auf eine Art, dass ein paar Leute das auch so mitbekommen haben, also, es war mehr getragen von der Stimmung und dass die Leute diese Songs feiern, ähm, als er, dass er so vor Ort irgendwas Krasses getan hätte oder so, also, ähm, ja, finde ich, bin eh kein Fan von ihm und bin es jetzt auch nicht geworden durch den, durch den Auftritt, also, es gab Leute, die ich vorher einfach nicht kannte, wo ich mir danach dachte, ey, das, also, das kann ja wirklich die Wirkung haben, also, er hat es ja quasi nicht nötig, aber gerade für die, die ich gerade meinte, also, die finden da ja, denke ich mal schon, so ein neues Publikum, also Leute, die die da so erleben und sich denken, boah, ich, ich habe den da so erst kennengelernt, das war echt cool, ähm, ja, also, das fand ich so ein bisschen, äh, bisschen nothing und sonst, ähm, ja, keine Ahnung, also, es ist witzig, ich war letzte Woche auch, äh, auch auf einem Hip-Hop-Konzert und zwar war das von JIT, also, der, äh, ist auf dem Label von, äh, von, äh, J. Cole, von Dreamville, bin großer Fan von ihm und, äh, der ist immer noch, also, man kann sagen, also, wie soll ich sagen, der steht immer noch am Anfang seiner Karriere, obwohl er jetzt schon, äh, also, wirklich sehr erfolgreich ist und sagen wir mal, critically acclaimed, also, dass er auch so von, äh, Kritikern, äh, genau das bekommt, äh, was, was er sich wünscht, äh, also, JIT heißt der? Ja, also, äh, krass, noch nie gehört. Na doch, du kennst den, ähm, also, J-I-D, ja. Ach so, ah ja, ja, genau, ja, und das war voll interessant zu sehen, weil, ähm, also, der hat noch nicht so viele, sagen wir, äh, Mainstream-Hits oder vielleicht auch allgemein-Hits, aber, das war voll krass, weil, wenn du irgendwie so einen Typen siehst, der noch nicht, so Mainstream erfolgreich ist, die Leute im Publikum rasten noch mal mehr aus, also, weil die sind mehr noch mal so, die freuen sich wirklich für dich, dass du gerade da bist und all das, das hat sich richtig geil angefühlt und er hat es wirklich, äh, also, wirklich, äh, geil performt, ähm, ja, ich war echt, äh, beeindruckt, also, das war, ja, es war cool zu sehen, wie jemand sich, ähm, also, irgendwie nicht nur Mühe gibt, sondern sich das, also, der das richtig, richtig gut macht, aber das Interessante war, das Interessante war, sein Ende, äh, war kein bisschen der ganzen, äh, Show, ähm, ja, wie sagt man, äh, entsprechend oder, ähm, also, er stand gar nicht im Verhältnis, weil die ganze Show war richtig gut und das Ende war einfach so, das war einfach irgendwann zu Ende, er hat seinen letzten Song gespielt und dann ist er so zu lange auf der Bühne geblieben und hat so angefangen, so Dinge zu unterschreiben. Hä? Ja, also, er hat einfach so, er hat einfach so Autogramme gegeben, ja, er hat einfach Autogramme gegeben und, so, und Leute sind einfach währenddessen gegangen, während er auf der Bühne stand. Weil es gab kein Finale, zumindest, dass er einmal runter geht und dann wieder kommt. Und das war voll strange? Und ich dachte so, So, letzter Song und jetzt bin ich Privatperson, jetzt bin ich privat auf der Bühne. Und da hat man, glaube ich, gesehen so, dass er einerseits, also jetzt erfolgreich ist, aber er ist noch nicht so geübt darin, so eine Show zu machen. Also, weil, äh, das macht man nicht. Also, also, das war einfach so ein Rapper, der da einfach ab irgendwann so zu lange auf der Bühne stand und Leute sind einfach so reingehauen. Während dann einfach noch so Musik aus den Boxen lief. Ja, das macht ihn und die Sache auf einmal, das ist wie so ein richtig schlechtes Dessert. Ja, das ist so ein richtig geiles Essen gewesen und dann rundet man es ab mit so einer, mit, mit irgendwie, ja, hier, wir haben Milchschnitte einfach als Dessert hier, hier noch so in der Packung. So, hier ist aber eine Milchschnitte. Voll komisch zu sehen. Also, gerade, weil er so geil performt hat und dann, äh, performt er sich so den Arsch ab und dann ist, also, äh, also, das Ende kein bisschen Verhältnis und dann, yo, also, ich habe noch diese CD, okay, hast du hier ein BH? Okay, unterschreibe ich auch. Also, aber konnten dann Leute auf die Bühne gehen, er war einfach lange da, also, dann lief er irgendwann so, ich glaube, er war an dem Spider-Man-Track, äh, Soundtrack beteiligt oder, äh, oder es war, äh, Take-Off, der neulich gestorben ist und dann lief das so im Hintergrund. Also, da stand in gar kein Verhältnis, wirklich, also, es war so komisch, aber trotzdem, äh, krasses Konzert und ein krasser Typ. Irgendwann lief einfach so König der Löwen-Soundtrack im Hintergrund, es war einfach nur noch so irgendwelche Superhelden, irgendwelche, irgendwelche Kinderfilmmusik. Es lief so, äh, Soundeffect einfach so von Avatar. Ja, aber ich glaube, das ist schon das Gefühl bei so, ist ja klar, bei so Leuten, die so mittelbekannt sind, also, jetzt, Lugati und all diese Leute, also, die sind ja schon bekannt, also, ich kenne die dann einfach nicht. Ähm, aber dass da so nochmal viel mehr, die, die echt, die echte Fan-Dichte ist natürlich dann größer, also, es sind nur Leute da, die wirklich da sein wollen, also, oder, beziehungsweise, die, die, die Dichte an Leuten. Und bei Jair, die wird es ja auch so gewesen sein. Kendrick Lamar ist ja jetzt so ein Name, dass jetzt Leute auch einfach so, ja, der ist in der Mercedes-Benz Arena, ja, dann komm ich mal mit, so. Ja, Ich hab schon gehört, so, dass das ein guter Musiker ist. Den würde ich mir gerne auch mal live anschauen. Genau. Ah, wolltest du noch was sagen zu dem? Nee, nee, war einfach, äh, Natus Festival, sag ich mal, hat ein paar Mal geregnet, aber hey, ich war in meinem Wohnwagen-Anhänger, ähm, hab sehr gut geschlafen, äh, das war, ähm, ne, 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 runde Sache. Das soll ich mal von einem Festival auf den Teil teuren. War eine runde Sache. Eisern, Eisern Union und, äh, ja, nee, Eisern Union und mein Schlaf, ey. Ähm, ja, ey, ich wollte noch ne, ich hab einen, ähm, kleinen Beef, und ich glaube, den kannst du auch gut mitgehen, nicht nur mit der Bahn, sondern mit Hotels, die zu sehr versuchen, etwas zu sein, was die nicht sind und was auch keiner so wirklich haben möchte. Das ist genau so wie, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass so modernere Filme oder Serien so zu viel so, äh, so Chat-Elemente oder Social-Media-Elemente so einblenden und man denkt sich so, ja, daraus besteht unser Leben jetzt schon auch, aber es ist mehr ein Fluch als ein Segen. Wir wollen davon entfernt sein, wir wollen vor dem fliehen, deswegen schauen wir auf diesen, auf diesen, äh, größeren Bildschirm oder auf diese größere Leinwand, um diese kleine Scheiße nicht zu sehen. Wir wollen keine Like-Buttons sehen, wir wollen keinen Chat sehen, so, auf der großen Leinwand, ja. Ich find's so nervig, wenn dann so bei, bei der WM oder so, beim Sportstudio, sehen die dann so, so, und jetzt gucken wir mal, was die Leute auf Twitter geschrieben haben zur heutigen deutschen Abwehrleistung. Jetzt haben wir hier den Hashtag Abwehrleistung. Gibt dann den Leuten irgendwie, keine Ahnung, ein Zehner oder so, ich meine, es ist so, man unterhält dann das ganze Land mit seiner dummen Meinung, also, hä, also man wird dann irgendwie nicht bezahlt, das ist irgendwie komisch, also, oder? Also, jetzt ehrlich, also, wenn irgendwie ein Tweet einfach nur gezeigt wird, im, im nationalen Fernsehen, also, kriegt er so einen kurzen, kurzen Fame irgendwie für irgendeinen Tweet. Ja, witzigerweise zahlt man ja auch noch dafür, so für ZDF, also, du zahlst dafür, dann schreibst du, wie die, also, was machen wir so. Ja, das ist ja immer so ein Segment, dass sie dann, dass sie nochmal so zehn Minuten rettet. Da können wir noch zehn Minuten über die Scheiße reden. Ja, ist gut. Aber ja, also, wie, du warst in einem komischen Hotel? Nein, ich war in einem Hotel, keine Ahnung, ich nenne den Namen nicht, aber es ist eine Kette, ähm, es ist, ähm, eine Stunde länger, als ein Tag dauert. Und, ähm, okay. Ja, ich sag den Namen nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich, also, also, es ist gut bewertetet und all das, äh, war nicht so weit von der Venue entfernt. Und, Mann, ich komm da rein und ich merk schon so, yo, okay, also, okay, das Personal in Shorts. Also, ähm, keine Ahnung, so Tanktops oder was auch immer. Also, jeder hat einen Schnurrbart oder, also, können wir so, können wir aufhören so zu tun, als hätte ich so ein Zimmer in einem Hipster-Café gebucht? Also, können wir aufhören? Also, das, das, das wollte niemand. Aber das ist ein bisschen das, das ist ein bisschen das Konzept, glaube ich. Das ist ein bisschen das Konzept. Ja, pass auf, ich check ein und der Ton ist schon so, per du, weißt du, so irgendwie so, was geht ab? Ja, so, was geht ab? Und, äh, keine Ahnung, so, der Typ hatte so ein, mir so ein Spidget, so ein, ähm, Fidget-Spinner-Gestell. Ja, klar. Naja, auf jeden Fall, also, ich geh dann nach oben in mein Zimmer und ich muss dann irgendwie fast schon sofort lachen, weil ich dachte so, ey, krass, wer hat dieses Zimmer konzipiert? Weil es hat sich so angefühlt, als würde man in so einem Urban-Outfitters schlafen. Ah, okay, ja, weißt du, also so ein altes Telefon, dann hatte ich, äh, das hab ich gestern noch in meiner Instagram-Story geparkt, aber, also, es wird jetzt nicht mehr online sein, äh, so ein, äh, wie nennt man das, so ein Countdown und, äh, alles komisch und dann, kein richtiger Tisch, so ein arschkleiner Tisch mit einer komischen Lampe und dann so ein Scheibentelefon, also wirklich, als ich so, ich, äh, ich hatte irgendwie meine Zahnpasta verlegt und dann rufe ich so unten an und frage so, yo, also, dann muss ich erst mal so, also, als würde ich meine, also, ich noch aus Weißrussland so telefonieren, dann muss ich die Scheiben drehen, okay, eins, Wie lange hat man das nicht mehr gemacht? Also, ich glaube, ich hab's wirklich lange nicht mehr gemacht, eins, diese Bewegung 20 Jahre nicht mehr. Drei, okay, hab ich's richtig gemacht? Okay, und dann geht er ran mit so einem übertrieben, jugendlichem, ähm, äh, und positiven Ton, so, yo, was kann ich für dich tun? Irgendwie so, in der Art, und dann sag ich so, yo, äh, Zahnpasta, habt ihr da sowas? Yo, da müsstest du einfach kurz mal runterflitzen, äh, das wär super, so, irgendwie sowas in der Art, so, mhm, so, find das schon nervig, dass das irgendwie so ein Ton ist, dass du flitzen musst. Ja, und, äh, ich flitze dann runter, bin dann unten, und der gibt mir dann so eine komische, komische so, also, das sah nicht aus nach einer Zahnpasta, es sah einfach aus nach, äh, ja, wie soll ich sagen, nach so einer Bonbonpackung, und das hat er sich da angefühlt, als wären da so Fisherman's Friends, so, drin, und, und dann sag ich so, ja, sorry, was ist das? Und da hat er gesagt, ja, das sind so welche, ähm, so Bonbons, äh, also so ähnlichen Teile, die legst du einfach in den Mund, und dann musst du es zerkauen, und dann ist es eine Zahnpasta. So, alles ist einfach hängen geblieben. Und dann dachte ich mir so, ey, da dachte ich, hat sich schon jemand mal an dem Konzept Zahnpasta gestört? Also, jetzt mal ehrlich, also bestimmte Dinge benötigen nicht noch weitere Innovationen. Also, Zahnpasta, we did it. So, wir haben es dann, also wirklich. Es ist das selbe Produkt. Und sogar alle Geschmacksrichtungen. Ja, seit 50, 60 Jahren. Ja, es gab es über mein Kola. Da muss kein Forschungsgeld, da muss kein Forschungsgeld rein. Also gar nichts. ey, weißt du was, ich komme dann auf mein Zimmer an, so, äh, guck mir dieses Scheißding an, und da steht da auch wirklich, also, das war dann so ein Fake-Ding, so, total so Greenwashing, so Kapitalismus pur. Da steht da so, um Wasser zu sparen. Dieses Ding hat eine eigene Verpackung. Jeder Bonbon hat eine eigene Verpackung. Also, das ist doch auch schlecht für die Umwelt. Ja. Verstehst du? Also, äh, also, unglaublich. Und dann lege ich diese Scheiße so, das ist mir meistens komisch, dann lege ich diese Bonbons in meinen Mund, und dann zerkau ich die so vor dem Spiegel, und dann dachte ich so, das ist die Zukunft? Also, es war wirklich, es hat sich richtig komisch angefühlt, als wäre ich so auf so einer, also Mars-Mission oder so, also, dann zerkau ich das, es fühlt sich irgendwann komisch an, dann schäumt es so leicht. Ja, das ist so was von so funktion, funktionellem Lösung, wenn man so im Feld ist, so, man ist im Krieg. so, ja, das ist hier zwar kein Essen, aber das hat alle Nährstoffe, ist einfach diesen Riegel. Genau. Ja. Ich mach so den Minibar auf, da so hier drin. Ja, genau. Also, nee, das war, ich weiß nicht, ich fand es so komisch, und ich meine, die müssen sich auch komisch fühlen, das den Gästen immer wieder so zu erklären. Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass sie ab irgendeinem Punkt, dass so, nee, das ist halt so, wieso, also, wenn du so lange von so, von Zahnpasserbonbons umgeben bist, dann hältst du das für viel normaler, als es ist. Denkst du dir so, hä, kennt der nicht Zahnpasserbonbons? Ja, du hast auch noch nie davon gehört, oder? Nee, ich kenn das gar nicht. Ich find's schon, also, ich find's schon strange, wenn mir das jemand so selbstverständlich sagt, so, ja, ja, nee, das sind diese Bonschen. Hm? Das ist einfach diese Bonschen. Das ist einfach diese Bonschen. Zerkau ihn, dann kommt da Zahnpasta raus. Kannst du ihn nicht zerkauen und mir die Zahnpasta einfach geben? Ja, das ist dann auch so komisch, so genug Vertrauen in die Sache zu haben, dass man's dann auch wirklich macht, also, weil ich stand dann so vor dem Spiegel und dachte mir so, das hab ich noch nie gemacht, so, ich leg jetzt diese Bonbons einfach in meinen Mund, kau die und putz mir dann die Zähne. Ja. ey, also, ich bin 33, ich muss jetzt nochmal dieses Konzept Zahnpasta so, mir so neu denken, also. Ja, du musst es so lernen wie so ein Techniker, die neuen, äh, Streaming, Streaming-Plattformen. Ja, genau. So, Mann, ey, das, das, ich dachte, das hab ich ausgelernt, aber ich finde, ich muss auch sagen, ich will die Kette auch nicht zu sehr trashen, aber ich, äh, die ist mir sozusagen auch ein Dorn im Auge, das ist ein bisschen zu groß gesagt, aber ich hab da zweimal geschlafen und, ähm, beide Male, ja, nicht so gut, muss ich sagen, ich weiß nicht, ja, das ist auch kein, kein krasses Zeichen, wenn jetzt, äh, wenn ich mal, äh, in einem Hotel nicht gut schlafe, aber eigentlich hab ich's irgendwann rausgehabt und ich schlaf eigentlich gut in Hotels und ich finde, das ist die Fähigkeit von einem Hotel, ähm, so ein bisschen unaufgeregt zu sein, einfach so ein konservatives, einfaches Zimmer, wo man so abschalten kann, runterfährt, es ist einfach gemütlich, sauber, das will nichts von mir, das will nicht irgendwie, dass ich ein anderer Mensch werde, ich glaube auch tatsächlich, dieses Zimmer, diese Zimmer dort sind irgendwie so, die sind so laut, die sind so wild, ich hatte da auch so, ähm, es ist ja cool, die, die geben einem auch so Boomboxen mit, von Megaboom, das ist super bunt, ähm, es ist irgendwie so, so actionmäßig, es ist einfach so knallbunt und so ein bisschen, ja, so, so, so unruhig, also, ja, aber gerade, ich weiß nicht, also ich tue, also ich tue halt mit einer Box, so, ich brauche nicht noch, ich bin eh mal zu faul, mich da mit dieser Box aus dem Hotelzimmer zu connecten, so, kein Bock drauf, also auch wenn es nur eine Minute dauert oder so, aber das ist für mich dann auch ab irgendwann so, ja, das ist schon auch nicht mehr der neueste Scheiß, also, dass man so eine Boombox hat oder irgendwie so, also, also, aber, ja, das finde ich komisch an, als hätte man so eine kleine Rutsche in seinem Zimmer, so, ja, ich werde nicht rutschen, also, ja, so, man pennt so ein bisschen auch in einem Toys R Us, es ist so, ja, du kannst noch dies machen, diese, nee, ich möchte einfach nur, ich selbst sein, die ruhige, langweiligste Version von mir, ist gerade aufregend genug, dass ich überhaupt in einer anderen Stadt gerade schlafe, das ist ja auch nicht so vorgesehen für den Menschen, dass er einfach wegfährt und dann an einem anderen Ort schläft und das ein paar Mal nacheinander, so, das ist gerade die Action, die ich habe und nicht jetzt hier nochmal so, auch das eine Hotel, da haben wir schon genug Jokes gemacht, ich will noch nicht mal die Stadt nennen, weil dann weiß es jeder, aber so, wo man so die ganze Zeit das Gefühl kriegt, so, man ist irgendwie uncool, weil man gerade keinen Sex hat, so, das ist so, also, man hat das Gefühl, also, man hat das Gefühl, man muss hier Action haben oder jemand kommt gleich rein und hat mit dir Action, also, man isst sich die ganze Zeit, man schläft unruhig, man weiß nicht, was da abgeht, das spukt da auch, also, nee, ernsthaft, also, man hat sich so, ja, ich glaube wirklich an sowas wie Feng Shui und so und, ähm, und wenn der Raum zu viele Spiegel hat, das bringt irgendwie eine schlechte Energetik in den Raum, ganz klar, echt? Nein, warte mal, aber du glaubst wirklich an Feng Shui? Das ist ein Ding, oder? Ja, ja. Ah ja, okay, weil ich hab davon auch nur mal gehört und, ähm, ich glaub, die Regeln machen so grob Sinn, oder? Das sind doch einfach so Sachen wie nichts über dem Kopf haben, wo man schläft, irgendwie, weil du dann immer denkst, dir fällt gleich irgendwie eine fette Anlage auf deinen Kopf oder irgendwie solche, es gibt so Regeln, so, genau, was für Töne, die, also, was für Farben und, genau, keine Leiter im Zimmer stehen haben, nicht über den Leiter durchlaufen. Ja, ja, nee, ähm, das würde, das würde einigen gut tun. Ich meine, auf eine Art so, manchmal so richtig so langweilige Familienhotels oder so, die, ähm, auch irgendwie nur so drei Sterne haben, manchmal hab ich da echt eine gute Nacht gehabt, einfach, weil es einfach so, ey, hier gibt's, hier gibt's irgendwie nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren, dieser Raum, dieses Zimmer, die wollen nichts von mir, die finden mich wirklich okay, so wie ich bin, hier kann ich eine Suppe essen, Tee trinken und runterkommen. es ist ja nie das Ziel, lange in einem Zimmer zu sein, wenn du irgendwo hinreist, also deswegen, also außer, man arbeitet wirklich in diesem Zimmer, aber ansonsten ist es nie das extra Geld wert eigentlich, also, ja, oder du bist so Udo Lindenberg im Atlantic, ja, okay, wenn du da wohnst, ja. Und die sind ja auch zurückhaltend, die Zimmer, die haben ja so ein bisschen dieses Blau, aber, äh, sonst ist es ja so, das, das schreit einen auch nicht an. Gut, aber, also, irgendwann ist man auch gestört, wenn man in so einem Hotel wohnt, also, ich meine, das kann jetzt kein, kein Marschall sein. Es gab, äh, es gab übrigens, es gab die Meldung, ähm, dass irgend so ein Mann in, wo war das, Alter, in Südkorea oder so, das sind auch immer so Storys aus Asien, in Asien hat irgendein Mann. Wo hast du das von Faktastisch? Das klingt aus, genau. Das ist eine Story von Faktastisch. Nein, das ist, einfach so die unseriösen Meldungen, die noch so bei Spiegel Online da rumschwirren. Und der Typ hat sich irgendwann während Corona, entweder kurz vor Corona oder während Corona, hat er sich irgendwo eingecheckt in so ein Hotel und hat da irgendwie, ähm, es war irgendwie so absurd, ich glaube eineinhalb Jahre oder sechs Monate umsonst gelebt. Der hat ja irgendwie das Personal bestochen, dass die ihm da aus dem System nehmen und dass die ihm dann so das Zimmer so machen, also dass es läuft und hat einfach so ein paar Leute bestochen und hat da einfach, ähm, irgendwie so eine Rechnung, ich kann mich noch an die Rechnung erinnern. Es war ein, es war ein Luxushotel, fünf Sterne oder so und er hatte so eine Rechnung von 65.000 Dollar liegen lassen und es ist abgereist und dann kam es raus so und jetzt wird gegen ihn ermittelt und es ist irgendwie so, ich verstehe manchmal so dumme Betrügereien nicht, weil ich mir denke, ey, ja, es kommt doch einfach raus, also du kommst doch damit jetzt nicht durch, so und jetzt wird gegen ihn und das Personal ermittelt und er wird dann wahrscheinlich mindestens genauso lange dann im Knast sein und es ist echt eine schlechte Rechnung im Endeffekt. Also du hast so fünf Sterne umsonst gehabt und dann bist du so ein Nullstern. Kann man nicht empfehlen, ey. Wobei die ganze Zeit, weswegen ich gerade lachen musste, ich habe so die ganze Zeit diese Story so in der, in dieser faktaste Sprache gehört. Naja, okay, na gut. Okay. Jetzt, ähm, naja, gut, also, so war sie nicht gemeint. Sie war auf Deutsch. Sie war einfach auf Deutsch. Ähm, naja, okay. Aber, ähm, wir können eigentlich uprappen. Wir können uprappen, ja. Yes. Dann, dann rappen wir ab. Dann rappen wir ab. Äh, ihr kennt Daniels Termine, ähm, und ihr findet den Link auch wieder in den Shownotes. Genau. Und, ähm, ja, ähm, meine neue Tour für 24 wird, äh, bald, da kommen auch bald Termine, aber das hört ihr dann vor allen Dingen ab dem 8. August, äh, wieder. Da sind wir wieder zurück. Habt eine schöne, ich würde, ich wollte schon sagen, habt eine schöne Sommerpause, also so als wärt ihr, als wären das so alles Kollegen von uns. Habt eine schöne Sommerpause. Äh, ne, äh, schöne Sommerferien, äh, wünscht euch das gesamte Chips und Kaviar Team. Äh, wir werden uns entspannen. Und, äh, yes, freuen uns auf, äh, die zweite Hälfte des Jahres. Ihr könnt in der Zwischenzeit auch gerne alte Folgen, äh, nachholen oder nachhören. Ja, ihr könnt alle eure Geräte anschließen und das einfach so in so eine Streamform starten. Ihr könnt es auch gerne Freunden empfehlen und, ähm, genau, ey, es ist wieder mal eine kleine Saison vorbei. Äh, wir freuen uns auf die nächste und sind dann wieder ab August zurück. Und, äh, genau, das war's jetzt von uns. Haut rein, es hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.